Ja, hallo zusammen und willkommen zu einem weiteren Teil von Taora. So, wir sind hier noch am Stadtluten. Und ja, die Nahrungsmittel, die sammle ich jetzt hier ein. Aber wenn die keiner roh ist, dann hilft mir das jetzt erstmal nicht viel. Bandage, Milch. Oh, guck mal, Süßigkeiten. Der Süßigkeiten ist auch was, was ich immer nur gefunden habe und dann aber auch nicht oft. Fünf Hunger. Aber ich habe eigentlich schon alles, was ich brauche, gefunden. Das ist super. Ja, jetzt geht es langsam los, dass ich den Überblick verliere. Was habe ich jetzt gelootet und was nicht? Aber wie gesagt, wir haben ja das meiste. Oh, hier ist richtig geiler Loot diesmal. Besser als letztes Mal. Aber ich dürfte zum größten Teil durch sein. Da es sowieso bald dunkel wird. Oh, Rot. Was ist denn hier los? Ey, cool. Geld. Jawohl. Energieriegel ohne Ende. Hier nochmal Alkohol. Hier geht nix. Und was? Was war das? Meadowspring Farm. Meadowspring Farm. Meadowspring Farm. Okay. Da waren wir drin. Hier haben wir alles. So, in dem Container war ich noch nicht. Hier in den Müllcontainer. So, okay. Da hinten liegt noch ne Banane. Ne, Mais. Aber wie gesagt, wenn ich da Schraubenschlüssel, äh, wenn ich daraus nichts kochen kann. So, Mensch, geh doch da durch. So, hab ich hier noch was. Da ist nochmal Bleibstoff. So. Jetzt wird's langsam dunkel. Jetzt gehen wir wieder nach Hause. Ich denke mal, dass... Hier, hier war ich nicht drin, aber... Ich hab den größten Teil gelootet. Und waren schicke Sachen bei. Und ich kann das jetzt... Ähm... Den, den Quest weitermachen. So. Haben wir jetzt vielleicht noch ein... Ja, die sind zu weit weg. Noch ein Reh übern, äh, Dings laufen würde, wäre das gar nicht so schlecht. Aber die toben da auf der anderen Seite rum. So, und das Reingehen. So, dann bauen wir erstmal den Generatorraum. Wollen wir mal gucken, wie viel sind die jetzt drin? 46. Das wird einfach nicht mehr. Das ist das, was ich meine. Und wenn da noch mehr Leute... Kriegst du ein Problem. Generatorraum. So. Jawoll. Erhöhe die Campbevölkerung auf 3. Das machen wir glatt. Und dann würde ich nämlich als erstes gerne... Muss man jetzt erstmal zurechtfinden. Hier ist die Küche. Da ist das dein Ding. Ähm... Würde ich nämlich gerne das Ding als erstes hier erweitern. Zehn leere Flaschen, zehn Holz. Das mache ich jetzt. Ich brauche nochmal zehn Holz. Das reicht. Zehn leere Flaschen habe ich gerade in der Tisch. Okay, mach mal. Dann sammelt er nämlich zwei. Dann kann das mal schneller voll werden. Und man muss halt gucken, dass man vielleicht welche findet, die nicht so viel trinken. Aber das ist natürlich Glückssache. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt welche habe, die viel trinken. Muss ich nochmal gucken. So, die kriegen wir jetzt auch noch hin. Und noch eins. Und noch eins. Noch eins. Okay. Äh... Charakter... Ne, B muss ich machen. Ja, die haben gerade getrunken. Wasserverbrauch hat er eigentlich nicht viel. Und er... Gar kein. Okay. Dann bauen wir das erstmal aus hier, weil... Dann kann das... Ein bisschen mehr und schneller sammeln. Dann seht ihr, hier steht halt zwei Wasserproduktionen pro Stunde und vorher war es eine. Und bei der nächsten Aufwertung haben wir halt drei Wasserproduktionen pro Stunde. Aber... Wie viel haben wir drin? Wie viel haben wir drin? 51 jetzt. Okay. Erhöhe die Campbefeldung auf drei. So, ich werde jetzt aber erstmal... Äh... Ich werde mich jetzt aber erstmal entluten. So. Da brauche ich ja gar nicht. So. Und dann machen wir folgendes. Einlagern. So. So. Das kann ich verkaufen. So. Und jetzt haben wir hier... Einiges an Essen, was wir dann... Mal wegpacken können. Ich will ins Regal. Äh... Das kommt weg. Äh... Okay. Dann haben wir hier... So. Mach das mal runter hier. Ja. Also... Das kommt weg. Das kommt weg. Das kommt weg. Äh... Das... Da habe ich noch kein Ding ganz... Das kommt hier hin. Das kommt hier hin. Das kommt hier hin. Die Wasser... Ach, da gehen ja nur... Das ist das Problem. Ähm... Das kommt hier hin. Das sind Holzpfeile, ne? Ja. So. Die Muni kommt erstmal hier hin. Okay. So. Dann haben wir hier... Das Lager. Da kommt das Sulfur hin. Und das. Ich weiß gar nicht, wofür man das braucht. Habe ich noch nie gebraucht. Obwohl ich alles ausgebaut habe. So. Dann haben wir das, das, das. Das kommt da hin. Das... Der Rest ist Essen, ne? Ja. So. Äh... Küche ist da hinten. Ich brutzel erstmal das Hähnchen. Warte mal. Das geht doch hier schneller. Ne. Äh... Hier. Gekochtes Huhn. Gekochtes Steak. So. Dann passen wir auf. Dann hier da rein. Bananen. Mais. Das, 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 das. Das ist gut. Das Hähnchen. Und dann habt ihr erstmal ein bisschen was zu futtern. Auch wenn es nicht viel ist. Aber wie gesagt, ich stelle dann ja erstmal... Ein Jagdhaus habe ich noch nicht. Ein Jäger, ne? Warum das so spät in der Questreihe ist. So. Also. Sei rein. Das rein. Das rein. Das rein. Das kommt alles bei den Autos. Das, das, das. Und dann haben wir es wieder. So. Und hier habe ich nur eine Sache zum Verkauf. Äh... Dann wollte ich kurz schlafen. So. Dann trinken wir uns nochmal satt. Und essen nochmal was. Das ist sehr schön. Wo ist es? Wunderbar. Was machen die denn da immer? Brumm. 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 Äh, so. Wir brauchen davon ganz viel später. Wollte ich nur mal gesagt haben. getan. 華ter. Später ist das es beschriftet. 61. So. Dann kochen wir das schnell durch. Ich mache das aber hier. Da geht's halt einfach schneller. Auch wozu man Kohle braucht. ich habe keine ahnung brennmaterial ja aber wo wofür ich muss ja hier nicht so dann wollen wir mal das mache ich aber mit der in richtung genau hier das dings erhöhen wo muss ich denn lang da die bevölkerung erhöhen und nehmen dann gleich noch mal ein paar hirsche mit hier so weil ich muss eh jagen deswegen gehe ich jetzt auch zu fuß dass ich noch mal unterwegs ein paar beben oder so looten kann das ist ja noch nicht so weit wenn hier welche wachsen oder mir noch dann noch mal ein reh über den weg läuft oder so was oder ein hase wird das gleich jahr 15 fleisch jawohl und jetzt müssen wir mal gucken ich bräuchte jetzt jemanden der gut kochen kann warum ist das rot und grün ach so das ist der quest die quest ist eingekästelt meine güte manchmal fehlen mir aber auch die worte so wird schon wieder hell da siehst du da sind auch noch mal hirsche nehmen wir gleich mit dann haben wir nämlich erst mal fleisch so lange bis wir da jemand haben der sich darum kümmert so dann wollen wir mal ein bisschen noch mal das kämen leider kann man die sachen nicht neu kaufen also hier respawn das erst wenn man das spiel neu lädt also auch die sachen eine hier haben wir respawn zum kindern aber die sachen die ich gekauft habt die respawn nicht dass man sie neu kaufen könnte da muss man einmal speichern dass ich euch mal zeigen und das spiel neu laden so gucken wir uns gleich mal die leutchen an ich habe ja hier vorhin wasser gekauft ne zeige ich euch gleich der hat jetzt keins wenn ihr jetzt speichert und neun ladet dann ist wieder da deswegen muss ich mal gucken dass ich hier mal man könnte jetzt äpfel kaufen dass man da sagt also diesen apfel daraus machen kann oder milch ich kaufe jetzt mal milch damit die noch ein bisschen zu trinken haben so jetzt gucken wir uns hier mal die leutchen an also ganz kämpfeinladen holzfäller der hat aber einen sehr hohen kochen kann er gar nicht jagen auch auch nicht der wenn du gut für lumberjack wasserverbrauch das wäre gut wäre gut als holzfäller kochen ist ich weiß gar nicht ob ich überhaupt jemand hat der kochen kann ach den habe ich jetzt eingeladen okay weil ich hätte gern jemand der kochen kann ja ich wollte mir aber angucken ich habe jetzt leider gedrückt dann habe ich mich aufgepasst na gut zur not tausche ich die nummer aus weil wie gesagt kochen holzfäller und äh dingens jagt meistens können hier die frauen besser kochen warum auch immer ein altes klischee was bedient werden muss ich weiß es nicht so jetzt habe ich keine quest mehr das heißt wir machen jetzt erst mal ein jäger und ein lumberjack und dann gucken wir mal wegen kocherei jetzt können wir uns frei entfalten ja dann mache ich das jetzt nämlich erst mal so ich gucke jetzt mehr wer von den dreien am besten kochen kann ich glaube ich muss das noch mal umswitchen dann kochen kochen der kann überhaupt nicht kochen der hat drei der hat vier beim kochen so dann mache ich das mal in die küche und dann kochst du jetzt erst mal 19 dinge so und dann geht er dahin welcher ist denn das er hier und kocht uns erst mal was schickes genau so und dann macht er das so jetzt mache ich erst mal ein jäger der ist hier ja was brauche ich denn da für zehn baumstämme habe ich die noch und was brauche ich hier auch zehn also ich brauche 20 baumstämme ach so warte mal ich wollte ja milch aber ich hatte keinen platz mehr im kühlschrank doch milch dann könnt ihr erst mal was trinken wo bin ich hier bin ich also gucken wir mal da hinten ob ich da noch baumstämme baumstämme drin habe ja hier habe ich noch welche was ist das 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 so das heißt wir machen erst mal den jäger und dann jetzt wie gesagt wir haben hier überall ne das ist super überall jetzt diese kisten so jäger jagt der ist gut sieben ich muss aber auch gucken ich holzfällerei und der ist für holzfäller gut also dann machen wir ihn in die jagt und dann geht man hier hin und dann machst du mir erst mal 100 ne so und sehr schön jetzt brauche ich nochmal zehn holz mal sehen ob ich da hinten noch was rein getan habe du kriegst euch was zu tun 5 habe ich da jetzt naja dann hole ich mal kurz fünf stümpfe hier ja wollte ja nicht so schwer sein 1 1 2 3 3 4 4 4 4 so und ab jetzt jage ich dann nur noch um das Leder zu bekommen und und alles andere machen die dann was ich eingestellt habe und holzfällen baue ich jetzt auch nicht mehr ich muss mich orientieren da jubi so okay dann nehmen wir den herrn und du gehst in den lumberjack alles klar und dann machst du auch wie dein kollege erst mal 100 so supi 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 du bist fertig mit kochen sehr schön äh dann pack die beeren nochmal dazu und äh dann hatten wir nochmal bledder so die haben jetzt zu tun also steaks und holz und so weiter ich guck nochmal nach dem wasser zur not muss 81 sehr schön das muss jetzt erstmal richtig voll werden bevor ich da noch mehr Leute anhole aufwertung eisen okay ich brauche einen bergarbeiter weil ich werde jetzt hier nicht groß oder ich muss mal schnell eisen fahren siegel dass ich den erstmal auf 3 kriege dass das wasser bevor ich meine bevölkerung erhöhe dass der tank erstmal voll ist so jetzt pack ich den krempel hier noch weg und dann dann sind wir schon wieder am ende so was und dann muss ich eine schmelze bauen was fehlt jetzt hier noch klamotten waffen schmelze und ansonsten müsste ich eigentlich alles haben ach so hier ist die ähm Werkbau alles klar so ihr Lieben dann werde ich den Teil hier für heute ich sage vielen vielen Dank fürs Zuschauen ich würde mich über ein Däumchen nach oben freuen und dann sage ich tschau tschau bis zum nächsten Mal Tschüssi mit ich